Du kannst nur so viel machen, aber mit einem Grupp, alles ist möglich. Hat sie erst nicht schon in der letzten Folge gesagt? Oh, warte mal. Wohl, Stump, äh, Stopp, äh, Stump? Ich kann nicht mal richtig reden. Äh, ich meine natürlich Stopp. Ich wollte sagen, hier, du musst mal noch anzünden, aber ich habe keinen Pure-Charakter dabei. Was ist das? Ein Otter. Cool. Ein Otternus. Der kommt bestimmt aus Ottawa. Ach, hör auf damit. So, dann schauen wir mal, was, ähm, Oron jetzt eigentlich ganz geplant hat mit, äh, Capitano. Das heißt ja nur Capitano, glaube ich. Da war ja kein Il davor. Warum kommt sie jetzt plötzlich auch was zu essen? Vor allem wollte sie sich noch die Beine brechen? Hat sie das so angeschränkt? Oh, richtig. Wenn das ein Livestream ist, dann könnte man ja fragen, aber, da das hier leider Projekt recorded ist, wie man so schön sagt, hm, kann ich da nicht durchfragen. Hm, eine, meine, muh. Äh, wie hat das denn? Wie hat das Paimon-Ville? Äh. Oh, mein Gott, was passiert als nächstes? So, you can just sit back and enjoy seat, Lolly. Paimon will take care of it. Jetzt kommt noch, dass Yula sich nicht mehr für etwas rächen möchte. Ja, vor allem, wie viel haben wir in der Tasche? Ein paar Millionen? Ja, ich glaube, das können wir uns... Aber wo Geld ausgeben? Ah, stimmt. Was war denn noch? Ah, Dark Souls ist gerade im Sale in Steam. Also jetzt, wo das Video läuft, wahrscheinlich jetzt nicht mehr so, aber trotzdem. Hm, Dark Souls 3 ist nicht ganz so geil wie Dark Souls 2. Äh, hm, tja. Hm, mal gucken. Hm, Maura ist das wenigste von meinen Wunschungen. Außerdem, wir machen definitiv ein Essen, nachdem wir alle Zeit, die wir zusammen haben. Lass mich das holen. Ich bin vielleicht ein altes Haag, aber ich mag, dass ich nicht komplett useless bin. Natürlich, das ist gut mit uns, aber Hyman doesn't want you to be sad, seat, Lolly. Haha, don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders. Sie weiß Bescheid, was einen glücklich macht. Ein gegöltes Steak, dazu ein Milchshake und dann, ähm, private settings. Nein, Quatsch. Ähm, achso, warte mal. Nicht innerhalb der Stadt. Zählt das als Skateboard? Obwohl, es wäre dann ein Skateboard, das gleichzeitig den Boden sauer macht. Geht zu dritt in eine Taverne und sucht euch einen ruhigen Platz zum Sitzen. Äh, dann habt ihr, fängt ihr an, was zu trinken und danach habt ihr auch einen im Sitzen. Heim und du bestellt euch Essen und Saft, während Zitlali Flasche um Flasche Wein leert. Huuuuh, Wein! Huuuuh, obwohl, ach, ich glaub, es gibt Schlimmeres im... Ich glaub, es gibt Schlimmeres, was man sich hier wieder echauffieren könnte. Bleh. Sollte mal mit einer Pause machen. Huuuuh. Ist Zitlali... 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 Oh, verdammt! Ist sie betrunken? Was schaust du da? Äh, siehst du zwei Menschen, die bei der Tür stehen? Sie sehen, wie sie sich schütteln von ihnen. Sind sie Twins? Ich glaub, sie ist wirklich ein bisschen beschwippst, oder? Phe. Ich bin nicht betrunken. Ich habe einen Sprachfehler. Uuuh. Und einen Magenvirus. Und eine Mittelohrentzündung, weswegen ich auf Boden liege. Ja, ja, gib mir doch mal was für den Hamburger. Uuuh, uuuh, uuuh. So, jetzt haben wir noch eine David Hasselhoff-Rezenz... Äh, Rezenz. Referenz eingebaut. Sehr gut. Huh? Oh, wie könnte das sein? Äh, ich glaube, mein Mind ist nicht so scharf, wie es so war. Gib mir eine andere Botte, Boss! Äh, denkst du, sie ist trank? Wo sie hier auf den Tischen getanzt hat. Ja, okay, nein, das war eigentlich was ganz anderes. Einblenden. Das gibt wieder einen Copyright-Strike. Oder, naja, keine Sorge, Leute, es ist nicht diese Art von Strike. Deswegen werde ich auch nie ein YouTube-Partner werden, weil ich wette, sobald ich da auf, äh, auf Zustimmen drücke, von wegen hier YouTube-Partner, yeah, 80 Cent, äh, für ein paar Klicks. Vermutlich, zumindest laut Social Blade damals. Ähm, ja, werden wahrscheinlich dann die ganzen Copyright-Strikes, ähm, Nachrichten reinkommen, von wegen Hier haben sie was eingebaut, da hast du meinen Sound verwendet, da ist eine Grafik drin, hier ist ein Ausstieg aus diesen Filmen, oh, 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 hier, sie verdienen mit Geld. Dritter Strike, zweiter Strike, dritter Strike, äh, nee. Erster, zweiter, äh, dritter Strike, dritter Strike, zweiter Strike, dritter Strike, ihr wisst Bescheid. Und dann weg. Da geht's, Frau. Oh, mein. Es ist nicht jeden Tag, dass du hier Granny Itzley hier mit ein paar Freunde sehen kannst. Nicht zu erinnern, die haben einen großen Namen für sie sich letztendlich gemacht. Ach, ich bin so bescheiden, ach, komm schon, ich bin so bescheiden. Naja. Seht ihr eigentlich Leute, dass ich ein bisschen zu schnell rede? Ach, verdammt, ey, das ist diese ganze, das ist diese scheiß YouTube-Krankheit. Man denkt immer, man will sich unnahe unterhalten, aber Hinterkopf hat immer dieses, dieses Wissen von wegen, ah, das Video, das läuft, die Aufnahme, es darf nicht zu lang werden, die Leute haben keine Lust mehr, ich schalte ab. Versteht ihr, was ich meine? Äh. Oh, so you've heard of us? Äh? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Cidlali. She wouldn't spend time with just anybody, you know? Ah, I don't even remember the last time I saw her with a new friend. Wait, so you call her Granny too? Well, given our ages, it would probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. Hahaha. She's one of the most famous people at the Masters of the Nightwind. Most days hardly anyone even dare to talk to her. Also, sieht doch so alt wie Faru's an. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chanka? Zwing mich nicht dazu, dir die Beine zu brechen. Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, any friends of our regulars are sure to be great customers too. But sie macht das mit einer Hand so, einfach nur so in den Arm. So, klik. All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. I promise I'll keep my alcohol down until I leave. Wäre sie doch guter, ein guter Saufkumpan für, für, ähm, wie weißt du auch, äh, ähm, Venti. Well then, you have my thanks. Nachdem Chanka gegangen ist, klippt Zidali, Zidlali, genau. Ein paar weitere Gläser in Notal beginnt, ins Leere zu starren. Dann senkte sie den Kopf und kotzte auf den Boden und fiel hinein und schlief ein. Damit endet dieses Abenteuer. Ihr fragt euch, ob sie wirklich betrunken ist oder ihr über ein komplexes Problem nachdenkt. Okay, das kann ich mir auch, das wäre auch eine, ach, das ist auf einer Party eine gute Erklärung. Ich bin nicht betrunken, ich denke gerade über die Weltformel nach. Warum drücke ich immer wieder die Leertaste? Ich kann ja mit voll connecten und man muss nicht immer betrunken sein. Komm, wir stehen auf den Tisch und prügeln uns, äh, bumm, und dann knallt sie auf den Boden. Okay, ich lass dich wieder mal zurückgehen, während, äh, nee, quatsch, ich. Wir stehen jetzt auf unentschieden, blöööööö. Ich finde es auch lustig, dass ihr immer mit diesem Anime, ähm, ähm, wie heißt das, blicken, wie heißt das, Gesichtsausdrücke mal mehr hier so einbauen. Äh, 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 are you still with the C-Lawie? You're kind of talking to no one. Ah, you chumps come around here, picking fights with me. Well, you know what happens next. You lose and then run off home to tell everyone. About how I'm this big scary bully. It's always the same story. You brat started, I finish it. And then I end up with the reputation of being some kind of terrible monster among the shamans. Es scheint mir, als hätte C-Lawie irgendwelche unaufgearbeitete, ähm, komplexe. I mean, come on. Monster? Me? Really? Really? What did I do, to deserve that? Granny C-Lawie, you're not a monster at all. Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief and speaking with the YAB, I actually have a pretty packed schedule, you know? Schau ins Loch. Oh, ja. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you. Ich bin ein Kind? Da hab ich aber anderes gesehen. Ah, don't play dumb. Didn't I teach you how to find Flo, Justin? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. Sehr gut, ja, du bist sehr gut. Immer gut zureden. Am Ende wird das ja noch ne Kleip... Ne Kleipenschlägerei. Aber wahrscheinlich nicht wie in dem Film, wo die Leute plötzlich anfangen, sich zu kloppen, sondern eher eine sehr einseitige, peinliche Nummer. Oh, das ist mehr wie das. Über den Moment, dass jemand mir ein bisschen Respekt gezeigt hat. Ja, Granny ist ein hartes Worker, all right. Du kannst immer auf die alte Granny. Schläft sie mit offenen Augen? Ach, wir können... Ach, wui. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Hätte auch sich ganz anders entwickelt, so nach dem Motto... Jetzt bin ich betrunken. Jetzt bin ich voll drauf. Du hast mir ein Kompliment gegeben. Wollen wir knutschen? Keine Sorge, es geht schon vorbei. Komm schon her! Behind this pitch-black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke. The lingering smoke. Ah, she's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Her mind's actually racing at this point. It's quite the opposite of sleep. Is this another specialty of the Masters of the Nightwing? No, I'd say it's an ability that's unique to Sid Lali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks, few have been able to master hers. Okay, naja gut. Andere? Ähm, was wäre noch ein Beispiel aus Medien? Ähm, ja. Ja, ein, ein Jackie Chan. Äh, wenn der besoffen ist, dann macht er, macht er quasi Drunken Boxing. Äh, Dranken, ich kann nicht mal Englisch. Drunken Boxing, äh, Drunken Boxing. Und wenn Sid Lali, dann macht sie, meditiert sie und macht, ähm, ja, Voraussagen. Warnung, Warnung. Red. Red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. Huh? Wuh! Äh, Traveler? Paimon? Äh, what's wrong? Oh, oh. Oh, I'm gonna hurl. Gott, ey, das wird ja immer schlimmer hier. Hang on, just keep it in. Oh, mein Gott, werden wir den ersten Moment erleben, in dem ein Genschen-Charakter kotzt? Werden wir Genschen-Kotze sehen? Oh, oh, Hugh. Okay, es ist vorbei. Oh, das war ein... ...klarer. Ich habe die Frage, hat die VA, ähm, die... ... Voice-Actor, Actress? Ja, genau, so heißt das, ja. War das Method-Acting oder gespielt? Du hast Paimon geimpft. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. Oh, how embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before. I swear. I've never thrown up. Not once. Ihr geht's wieder gut. Sie hat wieder harte Esses in ihrer Stimme. Oder eine Plotty Mary trinken? Äh, nee, eine Virgin-Plotty Mary. Äh, there's so much that I want to say, but I can't. Why not? Of course you can. Just say whatever's on your mind. Ah, please, Paimon. It's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would you think of me, if I were to start dumping all of my complaints on you after we've only just met? I thought, jetzt sagt sie sowas. Oh, ich weiß, ich erkenne mich erst so lange, nicht so lange, aber ich kann euch jetzt nicht sagen. Und sie hat so, ja, kommt schon, Zitlani, du kannst sagen, was du willst. Und sie hat so, okay, ich hab mich, ich hab, ich hab mich gerade nass gemacht. Ich war bis zu betrunken. Ihr versteht, okay. Oh, hi, Manketze. You're hoping that we wouldn't think less of you, no matter what you're about to say. Uh, no, that wasn't my point at all. Seriously, don't you youngster's know? Anything about shame? I'm talking about shame. I've lived all these years and still can't get rid of it. Surely, you know the feeling too? Ich gehe mit Menschen zu öffnen, ja, das, ähm, vor allem in so was in so einer Situation. Um, actually, about that. Huh? Tell me what? Yeah, this is as good a time as any. Also gut, äh, am Anfang erschuf, äh, erschuf, 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 Gott, Himmel und Erde. Ja, Palman, denk, es ist an der Zeit, ja, dann fangen wir mal an, dir zu erzählen. Du überschreibst die Ereignisse bei der Rettung Orons so objektiv wie nur neutral wie möglich. Äh, 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 so, äh, you heard. You, it's okay, Sie, Lolly. You had every right to complain about those things. Oh, I can't take it anymore. Why do these things happen to me? Ah, hearing me mumble under my breath is one thing. But hearing what I mumble in my own head? That's too much. Ach, komm, so schlimm war es jetzt auch nicht. Es ist ja nicht so, als hättest du irgendwie, was weiß ich, der bei irgendwelche, wer hätte wirklich gehört, während du dir irgendwelche Sachen anschaust, zum Beispiel. Die man eigentlich im Privaten anschaut. Ihr wisst, was ich meine. It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door and someone burst in to deliver cabbages and sees the whole thing. So that, äh, happens to you a lot. It happens to people in general, okay? It doesn't matter if you're 200 years old or a thousand years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. Ah, 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 ah. Okay, wow, nettes Bild. Jetzt, wie sie in irgendein Strampler-Pijama ihre Schlüssel vor der Haustür steht. Hier geht's dir gut, du siehst nicht wiedergeschlagen aus. Ja, nicht nur das. Ah, wie am Ende von, äh, jeder, ähm, Detective Conan-Folge, wo die, wo die überführten, äh, Mörder manchmal ihre Köpfe senken lassen und dann immer beschämt sind. Folge Zitlali zu einem anderen Ort, wohin der Rauch zieht. In dem Fall ist es eher, ähm, der leichte Geruch nach Kotze. Unterdrückte Kotze und Alkohol. Was macht der Typ eigentlich die ganze Zeit? Er steht auch immer nur auf 100 Daten. Meine Arme sind an meinen Händen festgewachsen. Nee, umgekehrt. Erstmal einen Apfel, genau. Bisschen Gemüse. Nein, bisschen, wie heißt das? Bisschen Vitamine, Fils, Fils, Lali. Genau. Obwohl. Ah ja, ein Tipp für euch, Leute. Wenn ihr mal auch mal ein bisschen mal zu viel getrunken habt und ihr dann auch diesen Moment seid, wo ihr nicht ganz, äh, kurz vor Koma seid oder umfällt, oder vorm Bett legt, äh, bevor ihr ins Bett gehen wollt, neben einem Eimer mit ein bisschen Wasser drin, was auch helfen würde, äh, trinkt ganz viel Wasser, weil am Ende merkt man es ja eh nicht, weil man meistens so betrunken ist, dass man eh nicht mitbekommt, vor allem wegen Geschmack und so. Trinkt ganz viel Wasser, denn wir wissen ja, Alkohol, der vertreibt oder drückt oder verdrängt die Flüssigkeit aus den, äh, Zellen, weswegen wir morgens ja dann immer, äh, naja, Kater hat, weil Flüssigkeitsmangel, nicht wahr? Also, Punkt. Sehr viel Wasser trinken, vorm Schlafgehen, nachdem man viel gedrucken hat. Es fällt dann ja eh nicht groß auf. Was für ein Einstieg, nicht wahr? So, okay, dann auf nach Zitlali und zu einem anderen Ort. Was war's nochmal? Ihr habt Oron gefunden, aber die Situation wirkt ziemlich kompliziert. Oron verbringt, äh, verbringt, verbirgt etwas. Und der Sache, auf den Grund zu gehen, erklärt ihr euch bereit, euch allein mit ihm zu treffen. Stimmt, sie muss ja gerade ihren Rausch nochmal austrinken, äh, austrinken, äh, Quatsch, ausschlafen. Aber Po, was war da gerade? Ich hab gerade hier gesehen, neue Errungenschaft, der General in seinen Labyrinth. Und hat sich der General in seinen, in seinen, in seinen Link, Quatsch, in seinen Labyrinth der, der Lügen und der, wie sagt man, Intrigen selbst verirrt? Oh, wie tiefsinnig. Ne, eigentlich ja nicht, oder? Mache offiziell, die Bekanntschaft wird Kapitano und einen der Elf der Fatui, ja. Hat ja auch immer so die Vermutung, dass dieses ganz Fatui-Ding mit den ganzen Elf, dass das Ende so raus sein wird, dass wir immer gegen einen kämpfen. Und am Ende sind alle weg. So wie die Oberbosse bei, keine Ahnung, One Piece. Als Beispiel. Von der Marine. Jedes Mal einer, äh, der Nächste, oder, nee, was war es? War es Marine? Ach, da gibt es so viele Folgen von. Ich glaube, es sind wahrscheinlich Oberpiraten und dann kamen dann später noch Marine dazu. Und dann noch ganz andere Leute. Es muss ja immer einen größeren Fisch geben. Im übertragenen Sinne, wenn ihr versteht. Wie in Fantasy-Welten, wo es immer heißt, ja, die haben immer bessere Ausrüstung. Das heißt, die Stakes müssen immer höher werden. Deswegen gibt es eine aktuelle Folge von Vox Machina und meistens eher große Drachen. Ah, well, great view, right? I love coming here by myself. Ja, schön. Seht wahrscheinlich kurz vor morgen hier. Wow, it's beautiful! You're making me want to cry. Ach, warum denn? Oh, no. What did we do? Please don't cry! I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... Ah. Embarrassed. Here you are thanking me. Even after you helped me all this time. Sie möchte gerne immer die Fassung wahren und nicht sich vor anderen Leuten ihre Gefühle zeigen. Ja, okay, das kann man verstehen. Let's just have a casual conversation. It's easiest that way. Really? You don't seem like the kind of person who keeps things casual. Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right. I don't usually open up to the people of my tribe like this. Hörte mich ein bisschen an, ähm... Wie hieß sie nochmal? Die Generälen von Inazuma, die auch immer sehr strikt und streng ist und keine Gefühle zulassen und so. Ähm... Ah... Verdammt, wie war der Name nochmal? Ihr wisst schon, wie ich meine. Die Generälen. Hier, Tengu. Verdammt. Ich muss mal kurz nach... Ich schlag's dann gleich mal nach. I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long. It might as well be true. But you're just a regular person. Haha. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eatsly is a powerful figure. Be careful around her. That's... Well, you are powerful. Are they afraid of you? Da war der Finger wieder zu schnell. Ah. Da war ein paar Schläge auf die nackten... Wie war's? Zehn Schläge auf die nackten Fußsohlen. Nein. Eher nicht, weil... Grund genommen sind wir ja auch keine... Wie sagt man? Normalen Menschen. Da können wir, glaube ich, dann dementsprechend besser connecten. We don't find you scary at all. Huh. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. I make people realize that... No matter how hard they work... They'll never become a living legend like me. Oh. Not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. Just... Just pretend I never said anything. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities and Auroran didn't seem scared of you. He thinks that he was his granny, right? Yes. But Auroran's a special case. Mauika already told you about her plan. And you've given so much help to Auroran and me. You deserve to learn the full truth. Na, endlich. Es sind ja schließlich nur... Was? Wie viel? Fünf Folgen? Bisher? Hm. Mal gucken, wie lange diese ganze... Die ganze Arkon Quest eigentlich noch läuft. Auroran's... Not like other people. As I mentioned... He was abandoned as a child. Oh Gott! Das ist wie als wenn man an einer... Wie heißt das? Mit einer... Mit einer Gabel oder einem rostigen Metall oder irgendwas ähnliches an einer Schiefertafel rumkratzt, wenn ihr versteht. Muuuuhuuhu. Ah, der hätte man mal mal... Wie sagt man? Hätte man mal, ähm... Wie heißt das? Nachkontrolle. Ähm, Nachkontrolle? Nochmal kontrollieren müssen halt. The reason being... His soul is incomplete. The masters of the night wind view this as a bad omen. Capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just... Left on a rock in the wilderness. It's a miracle, he wasn't devoured by some wild beast. Hoffe ich jetzt... Stellt sich das Ende jetzt nicht raus, dass er wieder ein, ähm, Charakter aus... Eine, eine Person aus, ähm... Ah, verdammt. Wie hieß es nochmal? Verdammt. Jetzt wusste ich vorhin jetzt erst den Namen von Kutschusara nicht. Höhöhöhö. Und jetzt weiß ich den Namen von... Ah, wie heißt das? Königreich, das Verlorende. Ihr wisst schon, aus dem Kaya ausstammt. Ach, verdammt. Das klingt aber nicht sehr gesund. Die Ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroran would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place. Strengthening the ley lines and completing the Ceremony. Aha, dann wäre er also quasi eine lebende Version von dem Boot, mit dem Charon... Richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Kenne ich noch von Monster in my Pocket, die Figur damals. Anfang 19, oh, ich bin so alt! Ja, er wäre dann also die lebende Version von dem Boot von Charon, der die, äh, Seelen der Toten über den Stücks, äh, in die Unterwelt bringt. Warte, das klingt nicht richtig. Jetzt, du siehst das Problem. Ja, und da kommt ja noch hinzu, dass, wenn er jetzt als Person da hinkommt, haben wir ja inzwischen ja gelernt, anhand von Kachini, äh, Kachini, Kachina und anderen, dass, äh, wenn man sich zu lange in den Königreich auch behält, dass man dann, äh, Schäden, äh, zurückbleiben können. An der Person. Die Ceremonie kann wiederholen Personen zurückkommen. Die Königreich und die couste seiengendeine seien. Natürlich. Der Vessel, Auroron, wäre das faszinierend in der Zeit. Ich war nicht nur 두 이럴, dass der Kachin, der Zeit anangrêuert, die Plan der Leiline waren. Die Leiline waren bereits in eine verweilige Situation. Eine beugendetiger Kandidin für die Ceremonie appears? Jetzt haben wir die Chance, um alles besser zu machen. Wenn der Chef gefragt hat, meine Meinung zu haben, habe ich nicht verabschiedet. Aber ich habe auch nicht verabschiedet. Also, sie gehen mit der Ceremonie hin. Es verabschiede. Und Auroron hat mit seiner Leben erlaubt. Hm. Pathetisch, ist es? Hm. Ein Kind opfern für das höhere Wohl oder die Gemeinschaft, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, wahrscheinlich. Haben vielleicht ein paar Leute die gesehen, aber ich sende mich an die eine Folge von Strange New Worlds, wo ihr jetzt wahrscheinlich denken würdet, was ist das? Ja, die... Es ist quasi ein Remake von Star Trek Enterprise, die alten Serien. Zum Teil. Auch wenn es wieder ein Prequel ist. Aber ja, ihr wisst wahrscheinlich, welche Folge ich meine. Ja. Natürlich, in meinem Tribe, death is rarely something to fear. Aber was kind of message würden wir senden, indem wir eine neue Bedeutung zu death tun? indem wir eine menschliche Leben als ein Tool? Das ist nicht richtig. Also, als ich gelernt, dass die Ceremonie es nicht verabschiedet hat, ich bin schade von meiner Inaktion, und absolut verabschiedet von der resulte. Der Plan war nie ein Geheim. Oder, ich denke, ich sollte sagen, es gab keinen Sinn, dass es ein Geheim zu halten. Eine einfache Untersuchung von Omroran würde alles zeigen. Jeder dachte, dass er glücklich sein würde, dass er überlebt hat. Und er hat nie wirklich nichts auf das Gegenteil gesagt. Aber... Just as I was about to put all of it behind me. Vor allem, er war doch ein Kind. Hätten sie es doch eigentlich nicht geheim halten können. Ich meine... Hä? Wer hätte er es denn doch wissen sollen? Er fragt diese Frage. Would Natlan have been saved? If the Ceremonie succeeded? Wait! What? It's not his fault! Er weiß das. Er weiß das. Aber er fühlt sich trotzdem schuldig. Erroran hat eine stronge Abilität zu perceives souls. Mehr als wir uns. Er versteht nur wie schwer die Situation mit Ley Lines hat sich gemacht. Vielleicht... Er hat sich mit den Fatui gewählt, weil er immer denkt er eine Schuld zu Natlan. Ich kann nur imagine, was sie ihm gesagt hat. Traveller? Hatte der Kapitän gesagt, dass er einen Weg gefunden hat, um die Krise zu lösen? Vielleicht ist das, was Ororan dazu gebracht hat. Insofern, wir können nicht einfach alles so passieren lassen. Wir müssen ihn verhindern, dass er zurückkommt! Ich... Du siehst nicht so gut, C. Lolly. Vielleicht sollte du zurückkommen und schlafen. Wahrscheinlich zu viel trinken. Es ist okay. Der frische Luft macht mir gut. Wird das jetzt eine Comedy? Würde sie jetzt tatsächlich so schwanken? So, mir geht's gut. Und dann fällt sie rückwärts vom Dach. Okay. Vergiss das. Ich muss nach Hause gehen. Ich habe es ein bisschen zu hart. Sofort werden die Fan-Arts gemalt, wie was dabei rauskommt, wenn C. Lolly auf den Traveller kotzt. Oh. Oh. You've helped me so much already. Hey, we're friends, aren't we? Besides, you already said you owe us a favor, so you don't need to worry about us. Oh, good point. Well, I'll go home and get some sleep. We can figure out our next move in the morning. Friends. Haha. I like the sound of that. Aurora is probably back with the Captain, don't you think? Naja, wo soll er auch sonst hingehen? Aus Nattlern können die Lattdack-Charaktere ja noch nicht raus. Zumindest noch nicht. You mean about the Backup-Plan? Do you really believe what the Captain told us? Yeah, you're right. We should just go to her directly. But she's probably asleep. We can find our first thing in the morning. For now, let's... I'm gonna bed. Yeah! Was? Moment mal. Achso, ich dachte jetzt, als wäre die... Ich dachte jetzt, als wäre die... Ich dachte jetzt, als wäre die Quest komplett vorbei. Let's ride! Tony Hawk, obwohl... Moment mal. Warum ist, ähm... Julia noch nicht auf die Idee gekommen, so eine Art, ähm... Genau, so eine Art, Tony Hawk, wenn die Spiel zu machen in... in den Spielers... Quats. Also hier im Genshin. Das wäre doch eigentlich möglich, jetzt in dem Fall. Ich meine, es gibt ja ja schon diese Mini-Spiele, wo man... Im Grunde genommen einfach nur... Praktisch gar nichts machen muss. Das war eigentlich ein bisschen... Was ich ein bisschen langweilig finde, weil... Das kennt ihr ja wahrscheinlich mit den... Mit den einen Dinosaurier auf dieser... Auf dieser... Rainbow Road. Einfach nur diese Dinger einsammeln. Wo man eigentlich praktisch nichts machen muss. Das Bett ist ganz schön lang. Also auch lecker... Locker noch drei Leute rein. Oder vier. Oh, Palman war so anstrengend, der Tag. Die ganze Zeit vorhin rumschwingen, äh... rumschwingen, rumfliegen und, ähm... rumfliegen oder... ja, rumschweben und... und reden für den, äh... von uns. Ich meine, das macht sie ja eigentlich genau genommen fast. Eigentlich nur. Ja. Ja. Ich glaube, Sie sind bereits hier. Ich war... gerade zu kommen. Ich war... Wow, du bist early. Das ist unglaublich. Especially nach all den dringenden Nacht. Let's not bring up last night. Ich bin über die ganze Sache. Ich frage mich, passiert das hier mal täglich oder öfter mit den Angriffen von den Abgrund, oder ist das jetzt nur... wird das jetzt in der Zeit jetzt immer mehr? Ja, was ist mit ihnen eigentlich? Okay. Ich bin fertig gemacht mit ihm. Er ist nicht ein Kind mehr. Er braucht die Verantwortung für seine Aktionen. Ich war derjenige, der ihn verabschiedet hat. Also, ich muss zurückkommen, dass ich die Sprecher zurückkommende. Ich verabschiede mich, wie sie wählen, um die Situation zu behandeln. Aber ich sollte sie überzeugen, um sie zuerst zu lassen, um mich zurückzukommen, um zuerst zu gehen, um den Angriffen. Und wie der Ancient Name... Als wir diese Krise behandeln, ich spreche mit Shilonen sofort. Geh weg. Don't worry. Ich verabschiede mich niemals von einem Freund. Dann werden wir lange ein Auge auf Oron behalten. Ich muss mich auch mal daran gewöhnen. Zitlali? Und sie spricht man Shio-len. Wie... Nicht Zio-len. Nicht wahr? Merkt euch das, Leute. Merkt euch das. Wie war das damals doch immer? Äh... Jillian. Jillian. Statt Jelan. Das war ja schon ziemlich dämlich. Ihr auch zu finden auf diesem Kanal. Dankeschön. Alles klar. Ich muss zuerst zurück gehen. Sie hat in einer Höhung. Die Situation muss wirklich ernst sein. Äh... Oh... Es sieht aus, dass viele Leute zum Stadium gehen. Lass uns sehen, was passiert ist! Hm. Immer wenn ich Stadium höre, denke ich immer direkt an Pokémon. Also das wäre N64 damals. Ja, ich bin so alt. Ja. Kamria! Verdammt! Oh! Ist das dämlich. Da will man etwas erklären oder sagen. Und dann fällt einem unterbegrifflich ein. Wie Kuchusara oder Kamria. Wobei... Na... Ich glaube nicht, dass er aus Kamria stammen würde. Das wäre ein bisschen zu... Das hatten wir schon zu oft gehabt. Ah... Oh... Ich brauche mal einen Schluck. Ich muss mal einen Schluck trinken hier. Die neue Santa. Mit den Logos von äh... Beetlejuice Beetlejuice. Äh... Hashtag Not Sponsors. Grün. Sieht aus wie Exotic. Sieht aus, als wenn... Als wenn... Als wenn Milona Ryder einen anschauen würde, sagen... Also auch von der Dose drauf einen anschauen würde und sagen würde, Was machst du da gerade? Vielleicht ist das einfach nur meine Vorstellung. Das ist aber nett. Oh, du bist alle hier! Aber äh... Was ist das ganze Star-Outlander-Thinge? Das ist nur mein Weg zu sagen, wie großartig du bist. Wir haben eine wirkliche Überraschung in unseren Händen. Also das ist die perfekte Zeit für dich, deine Erfahrungen zu zeigen. Okay. Aber... Können wir einen kurzen Rundown der Situation erst? Moment mal. Hä? Warum hat Muelani auch so komische... äh... Komische... Audioqualität? Diesen... Sch-sch-sch-sch-sch... Wenn er versteht. Hm. Muss irgendwie was schief gelaufen sein. Der Abyss hat plötzlich das Kollektiv von Plenty. Die Meister der Nachtwinde, die Kinder der Echoes, und ein paar unserer Campen und Outposts in der Wilde. Ja. Was ist denn hier passiert, verdammt? Ist da irgendwas schief gelaufen beim Audio-Department, oder was? Hm. Das ist... Ich komme mir vor, als wäre ich bei Harry Potter. Hey, das ist... Was ist das? Hey, das ist das? Bread in Captivity. Alter, ich kann kein Englisch. Chaska und ich haben zu suchen für Survivors und die Wounded behandelt. Wir sind gerade zurück, aber wir müssen bald wieder gehen. Ich planze, zurück zu der Kollektiv von Plenty. Nur in der Fall, dass meine Tribe mich braucht. Was für dich, Muelani? Wo gehst du denn? An den Strand? Ne, heiße Quelle. Ich gehe, die Kinder der Echoes zu helfen. Sie sind die nahe, damit ich sofort kämpfen kann. Was für euch? Wir können zusammen gehen. Wir haben da was zu tun. Ja, das klingt sehr wichtig. Keine Worte. Lass die Kinder der Echoes zu uns. Wer weiß. Vielleicht wird dir wirklich das Abyss auf dem Weg, wenn du fertig bist. Das wäre ziemlich großartig. Ich hoffe, meine Tribe geht durch, okay? Es wird gut. Deine Tribe macht nicht all das Körper für nichts. Lass uns jetzt weitergehen. Und die wichtigsten sind. Sei vorsichtig, alle. Oh, und einige von uns müssen, zu vermeiden, durch gefährliche Schmerzen zu bekommen. Das wird mein Job viel einfacher machen. Hey, ich hab's nur noch mal ausprobiert. Koichi, müssen wir das jetzt wirklich jetzt machen? Es war auf der Party und alle haben's gemacht. Hehehe, es ist okay. Sie schaut einfach auf alle. Okay, lass uns mit dem Pyro Archive sprechen, damit wir die anderen helfen können. Umfrage dann, wenn es da wieder heißt, wie hat Ihnen die letzte Nuttlan-Quest gefallen? Jenseits des Rauches und der Spiegel. Naja, da wird man bestimmt noch was schreiben können. Also die Soundquated irgendwie... Ich weiß nicht. Da war es ein bisschen zu... Lass dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020